Die Kammer of Truth, ausgepackt mit Markus Heitz. Du hast über 60 Bücher geschrieben. Erinnerst du dich noch an alle Charaktere oder musst du selbst manchmal nachlesen? Ich erinnere mich nicht an alle 60 Charaktere und ich weiß auch nicht mehr alle Handlungen von allen 60 Romanen. Ey, doch schon, groß und ganz, aber. Es ist, Details sind schwierig. Welches sind deine liebsten Fantasywesen? Die liebsten Fantasywesen sind eindeutig nicht Vampire, weil Vampire gibt's wirklich. Mit Die Schwarze Königin bewegst du dich zwischen Gegenwart und Vergangenheit. In welcher Zeit würdest du leben, wenn du dir eine aussuchen müsstest? Ich würde gerne in einer Zukunft leben, die ich nicht kenne, weil das finde ich am spannendsten. Das heißt, historischerweise ist die Vergangenheit meistens nicht besser als das, was wir heute haben. Welcher Mythos über Vampire ist der verbreitetste? Der verbreitetste Mythos ist, dass sie unsterblich sind, also ewig leben, aber das stimmt nicht. Was tötet ein Vampir schneller? Ein Pflock durchs Herz oder das pralle Sonnenlicht? Das pralle Sonnenlicht ist nicht tödlich, der Pflock durchs Herz schon. Und insofern, wenn man es nachmachen will, Pflock.